Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich habe ja in den letzten Folgen immer mal wieder einen besonderen Glaubenssatz herausgepickt, der so ganz typisch ist für uns Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Und heute möchte ich mich einem Glaubenssatz widmen, der wahrscheinlich sogar weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft generell und den du wahrscheinlich jetzt auch vornehmlich denken magst. Gerade wenn es bei Gericht zur Zeit hoch hergeht und dein Ex nicht aufhört, die hohen Wellen aufzuwerfen in deinem Leben. Und zwar den Glaubenssatz, das Leben ist hart. Wenn du dich mal mit dir selbst vergleichst, wie du damals mit 20, 25 durch dein Leben gesegelt bist, welche Überzeugung du damals hattest, du warst damals wahrscheinlich voller Hoffnung und Zuversicht, du hast vielleicht gerade deine Ausbildung oder dein Studium hinter dich gebracht und alle Türen standen dir offen. Und wenn jetzt eine Frau in diesem Alter zu dir kommen würde und würde dich fragen, wie das Leben wohl so ist als Frau in deinem Alter heute, dann, ja, welche Antwort würdest du dann geben? Was denkst du heute? Wie guckst du die jungen Frauen heute an oder die Frauen, die mit ihrem ersten Kind schwanger sind und noch keine Mamas sind? Wie siehst du heute deine Mutterschaft? Ist das Leben an sich leicht und freudig oder ist es hart und erbarmungslos? Wenn du auf Basis deiner aktuellen Erfahrungen mit deinem narzisstisch-toxischen Ex-Partner ein ganz anderes Leben führst, als du es dir damals als 20-Jährige vorgestellt hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du glaubst und dass du diese Überzeugung übernommen hast, die vielleicht auch schon deine Eltern gesagt haben, ja, das Leben ist hart, schau dich um, ja, pass nur auf, ja, was da noch auf dich zukommt. Und ich möchte dich mit dieser Folge einladen, eine andere Perspektive dazu einzunehmen, ja, dass du dir einfach klar machst, dass wir in jedem Alter eine große Herausforderung hatten. Ja, wenn du dir jetzt mal anschaust, also wenn du auch dein eigenes Kind anschaust, ja, als Kleinkind ist es die erste große Herausforderung, sich auf die Beine zu stellen und zu laufen, also vom Krabbeln sich aufrecht fortzubewegen, dann später die richtigen Worte zu finden, damit man sich verständlich machen kann, damit die anderen einen verstehen können, was man will, ja. Dann in der Schule schreiben und rechnen zu lernen und, ja, auch mit den ersten Mobbing-Erlebnissen zurechtzukommen, die man unweigerlich hat, ja, dann die ersten Herausforderungen in den Teenager, in der Pubertät, ja, in dem Teenager-Alter, wenn es darum geht, die erste Liebe zu verdauen, ja, wenn der Freund auf einmal nicht mehr da ist oder einen abgesägt hat, ja, dann vielleicht Schwierigkeiten in der Schule zu verdauen oder den Verlust von lieben Verwandten. Jede einzelne Stufe und jede Schwierigkeit, die sich einem in den Weg stellt, verlangt danach, sich weiterzuentwickeln, ja. Und jede Stufe, so sehe ich das jedenfalls, und ich lade dich herzlich ein, diese Sichtweise auch mit zu übernehmen, ja, dass jede Herausforderung und jede höhere Stufe, wo man am Anfang denkt, oh, die kann ich jetzt aber nicht gehen, die schaffe ich nicht, ja, dass du immer nur die Stufen vor dir siehst, die du als nächstes bewältigen kannst, ja, dass du tatsächlich, dass wirklich die Aufgaben wachsen mit deiner Erfahrung und mit deinem Entwicklungsstand, ja. Ich vergleiche das auch gerne wie in der Schule, ja, also angenommen, der Lernstoff würde auf einer Stufe von der vierten Klasse bleiben, spätestens die fünft- oder sechstklässler würden sich zu Tode langweilen. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass unsere Seelen wachsen wollen, ja, wir gieren nach Wachstum, wir gieren danach, uns zu entwickeln und uns zu entfalten. Und all das braucht Zeit und braucht das Alter und braucht die Erfahrung. Und mit jeder Erfahrung steigst du in eine andere, steigst du eine andere Stufe empor. So, und wenn es dir so ähnlich geht, wie es mir ergangen ist, das erkannte ich natürlich auch erst rückblickend, ja, dass vor allen Dingen die Erfahrung, die Beziehung, die ich vor meinem letzten toxischen Ex gemacht habe, dass die eigentlich schon Lektionen beinhaltet hatten, die ich nur damals noch nicht gelernt habe. Also ich stelle mir das heute so vor, dass ich diese Stufe noch nicht erklommen hatte, dass ich davor stehen geblieben bin. Und die Lektion, die diese Erfahrung mit diesen Beziehungen, die da relativ glimpflich natürlich abliefen, aber schon sehr toxisch waren, die hatte ich nicht verstanden. Ich hatte es nicht verinnerlicht. Meine Seele ist in diesem Aspekt nicht gewachsen. Und schließlich kam der eine, der die größten Probleme verursachte in meinem Leben, die größte Herausforderung, das größte Thema. Und ich musste, ich musste lernen. Und ich habe es gelernt. Und genau an dieser Stelle stehst jetzt du. Und wenn du das, was du mit deinem letzten Ex erlebt hast, nicht nochmal erleben willst, mit einem anderen Mann, ja, mit anderen toxischen Menschen, weil es muss ja nicht unbedingt dein toxischer Liebhaber sein, der dir da zusetzt, genauso wie der Kindsvater, sondern es können ganz einfach andere toxische Menschen sein, solange du diese Stufe mental und im Inneren jetzt nicht für dich erklommen hast, dann wirst du da stehen bleiben und wirst gegebenenfalls auch diese Erfahrung immer mal wieder wiederholen, bis es gelernt ist. Und ja, unsere toxischen Ex-Partner zwingen uns dazu, diesen Fortschritt, diese Entwicklung jetzt zu machen. Das Leben ist abwechslungsreich. Das Leben ist schon hin und wieder herausfordernd. Aber unterm Strich, es ist immer auch schön. Weil wenn du eine Stufe, egal wie hoch die gewesen ist, wenn du die nächste Stufe erklommen hast, dann bist du mega stolz. Dann kannst du dir auf die Schultern klopfen. Und du kannst dir sagen, ja, das habe ich geschafft. So wie es vielen Mamas im Club der mutigen Mütter geht, die genau diese Entwicklung in der Gemeinschaft mit anderen warmherzigen und mutigen Müttern gemacht haben, die verinnerlicht haben, was es heißt, sich selbst zu lieben, um somit keinen Ansatzpunkt mehr für einen Narzissten in ihrem Leben zu geben. Und ja, genau das wünsche ich mir natürlich auch für dich. Das Leben ist nicht hart, Sweetheart. Das Leben ist schön und abwechslungsreich. Und du stehst genau an dieser Stufe, die du jetzt erklimmen darfst. Und das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und die Stufe wird interessanterweise immer kleiner, alleine dadurch, dass du lernst, andere Gedanken zu denken. Die Höhe der Stufe, oder vielleicht denkst du auch an Berge, die Höhe des Berges und der Stufe ist ein mentales Konstrukt. Und genauso, wie du es mental groß und unüberwindbar machen kannst, kannst du es mental und mit deinen Gedanken auch immer kleiner werden lassen, erreichbar in deinem Kopf und in deinem Herzen, bis es dann irgendwann nur noch die Höhe einer Bordsteinkante erreicht hat, wo du dann genüsslich einen Schritt weiter gehst und dann denkst du, okay, und ich bin jetzt bereit für alles Schöne, was das Leben noch für mich bereithält. Und in diesem Sinne, meine Liebe, nur Mut. Du schaffst das.